Diesen Beitrag präsentiert Ihnen die AOK Nordost. Kennen Sie schon das AOK Gesundheitskonto? Ihr Plus, mit dem Sie rechnen können. Sichern Sie sich jetzt Ihren Leistungsvorteil bis zu 270 Euro im Jahr. Sie ist nicht zu stoppen. Gabi Kostad trifft sich in Schwerin zweimal in der Woche mit ihrer AOK-Laufgruppe zu einer guten Runde. Egal ob im Frühling, Sommer, Herbst oder natürlich auch im Winter. Erwärmung vor dem Start, das ist natürlich wichtig. Und dann kann es auch schon losgehen. Vor vier Jahren hat Gabi Kostad mit dem Laufen begonnen. Am Anfang war sie nach fünf Kilometern total kaputt. Mittlerweile läuft Gabi entspannt 15 Kilometer und das zu jeder Jahreszeit. Wenn das Wetter es irgendwie zulässt, ist es ein schöner Ausgleich. Ich bin den ganzen Tag im Büro und kriege so frische Luft, komme raus, habe den Ansporn, dass hier immer ein, zwei, drei, vier, fünf warten und sagen, oh los, lass uns zusammen machen. Und da ist es eigentlich egal, ob es warm oder kalt ist, die entsprechende Kleidung an und los geht's. Laufen ist ein Stresskiller pur. Nebenbei wird auch der Kreislauf in Schwung gebracht. Genau diese Vorteile haben auch Gabi Kostad von Anfang an zum Laufsport gebracht. Es gibt keine schlechte Laufzeit, es gibt allenfalls schlechte Kleidung. Gabi und die anderen suchen sich für die kalte Jahreszeit eine Laufrunde heraus, die zum größten Teil beleuchtet ist. Genauso wichtig, die Strecke muss bei Schneefall beräumt werden. Den einen oder anderen Tipp hat Übungsleiterin Anne Jüngling auch noch. Also gute Erwärmung ist das A und O und natürlich auch die guten Sachen. Also gute Sachen, Zwiebelprinzip, dass die Feuchtigkeit schön rausgetragen wird. Was hell ist oben drüber natürlich, es sollte reflektieren. Stirnlampe haben wir meistens dabei, weil wir Strecken haben, wo nicht so beleuchtet ist. Ja, das ist im Winter. Und dass man immer in Bewegung bleibt, dass man auch nach dem Laufen zügig dann nach Hause geht. Für Katharina Mayer lohnt sich jeder Schritt gleich doppelt. Sie ist in der AOK Nordost versichert und kann deshalb die Vorteile des digitalen Prämien- und Bonusprogramms fit mit AOK nutzen. Man kann 10.000 Schritte am Tag sammeln, egal ob man Walken geht, Joggen oder sonstige sportliche Aktivitäten macht. Und bei 10.000 Schritten am Tag sammelt er 100 Punkte. Und man erreicht dann so 100 Punkte am Tag und kann die sammeln. Die Läuferinnen wählen ihr Tempo immer so, dass alle gleich gut mitkommen. Das macht es auch Neueinsteigern leicht. Für Gabi Kostart ist die Gemeinsamkeit wichtig. Selbst wenn sie mal im Motivationsloch steckt, weiß sie, da warten die anderen auf mich. Also los. Und spätestens nach den ersten 100 Metern ist der Ansporn zurück. Kontinuität ist im Training eine wichtige Komponente. Es gibt einen Spruch, der sagt, Marathonläufer werden im Winter gemacht. Wer im Winter durchläuft, hat in den Frühjahrsläufen, der hat trainiert das ganze Jahr und braucht nicht bei Null wieder anfangen. Es ist für den Körper immer besser, gleichmäßig zu trainieren, als dieses Boxsprungprinzip. Man macht was, hopfst rüber und macht dann nichts mehr. Am besten immer gleichmäßig laufen. Die AOK-Laufgruppe befindet sich schon auf dem Rückweg. Laufen bietet den großen Vorteil, dass keine komplizierte Ausrüstung gekauft werden muss. Sportliche Kleidung, ein paar Laufschuhe, fertig. Das Laufen auch bei kalten Temperaturen ist durchaus gesund. Wer sich entsprechend warm kleidet und vernünftig aufwärmt, wird schnell den Reiz des Laufens im Winter erfahren. Gabi Kostert macht das Laufen in der kalten Jahreszeit deshalb besonders viel Spaß, weil es dann etwas gibt, das sich im Sommer gar nicht beobachten lässt. Ja, die Rauchwolken, die Rauchwolken, die man so vor sich her schiebt. Nein, es ist einfach schön, entspannt, frische, kalte Luft. Schön. Direkt nach der Zielankunft schaut Katharina Meier auf ihre Fitmit-App. Von der Gesundheitskasse wird sie als AOK Nordostkundin für die Aktivität mit attraktiven Prämien belohnt. Das ist dann manchmal schon ein echter Anreiz. Das ist ein totaler Ansporn. Also am Abend kann es schon durchaus mal passieren, dass ich erst 8000 Schritte gesammelt habe. Und dann guckt man nochmal auf die App. Hey, ich habe 8000 Schritte. Okay, gehst du nochmal eine Runde um den Block und dann bewege ich mich abends nach dem Abendessen nochmal. Kunden der AOK Nordost können die Fitmit-App ganz einfach downloaden. Entweder im App Store oder bei Google Play. Denn wer alles gibt, hat auch mehr verdient. Laufgruppen in ihrer Region finden sie auch ganz einfach auf der Internetseite der AOK Nordost. Nicht nur Garbi Kostad weiß, zum gemeinsamen Laufen ist genau jetzt die richtige Zeit. Im Winter. Diesen Beitrag präsentierte Ihnen die AOK Nordost. Kennen Sie schon das AOK Gesundheitskonto? Ihr Plus, mit dem Sie rechnen können. Sichern Sie sich jetzt Ihren Leistungsvorteil bis zu 270 Euro im Jahr. Bis zum nächsten Mal. draw. Ciao. Hamburg hat uns im Visible dasína CBD das gepäsp время kaputt dazu. Bis zum nächsten Mal. zeichован... Bis zum nächsten Mal. Ensign members zu leben auf. Vielen Dank.